Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Teilenwirt, weil für heute gehen wir nicht nach draußen. Von der Vogelschirche habe ich jetzt erstmal genug. Wir gehen zu unserem alten Freund. Zum Clown, ne? Der hat uns lieb. Der wird uns auch nicht erschrecken. Der Clown hat uns lieb. Ich gehe auch nicht nach draußen, auch wenn es gewittert. Und das ist wahrscheinlich ein Zeichen, dass wir raus müssen. Nein, da habe ich keinen Bock zu. Guck mal, unser Clown ist da. Der wird uns nie erschrecken. Du bist doch ein guter, ne? Genau. Ja, du bist ein guter Clown. Und wenn ich mich jetzt hier nochmal rupe und mich umdrehe, du bist immer noch da, weil du uns heute lieb hast. Habe ich recht? Ja, du bist ein guter Clown. Ein sehr guter. Aber da musst du doch nicht warten. Nein, 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 nein. Ich schaue nicht zum Fenster raus. Definitiv nicht. So, ich schaue mich hier nochmal überall rum. Kann ja sein, dass hier irgendwas Neues ist. Boah, ich dachte gerade, das wäre die Vogelschirche. Ich schaue mich jetzt hier überall in jedem Raum an, um zu gucken, ob ich hier irgendwas triggern kann. Hier ist nichts mehr, ne? Nope. Oh, hier hat uns die Vogelschirche erschrecken. Ne, 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 ne. Vergiss es. Vergiss es, Vogelschirche. Vergiss es einfach. Jetzt laufe ich wieder zurück. Vergiss es, Vogelschirche. Heute nicht. Hallo, ist hier was? Batterien. Okay. Mist. Immer noch. Dreiviertel vor. Toll. Habe ich die nicht letztens so aufgehoben? Mal gehen wir mal zum Tiki-Raum. Ist hier noch irgendetwas? Vergiss es, Vogelschirche. Ich schaue nicht aus dem Fenster. Vogelschirche möchte es echt wissen. Hier ist nichts. Ist immer noch zu. Oh, ich bin froh, dass wir gleich im zweiten Stock sind. Hehehehe. Hier kann uns die Vogelschirche sonst was... Hallo. Na, wie geht's? Ähm. Ne, das finde ich jetzt nicht nett. Hallo. Ähm. Ihr bewegt euch, habe ich recht. Na? Ja, super. Na? Ach, du liebst ein bisschen. Hallo. Na? Wie geht's, versteht's? Ich stehe hier auch etwas rum. Hallöchen, ne? Do you like to dance? Oh, Schlüssel. Merci, Poku. Also, Angst an Flüssen seid ihr jetzt nicht, ne? Da ist die Vogelschirche schlimmer. Äh, so. Dann. Du standest vorher nicht da. Die Tür ist zu. Okay. Du warst da durchgegangen. Du warst schon so auf. Na? Wie geht's, ne? Folgt ihr mir? Damit habe ich kein Problem. Bisschen Gesellschaft schadet nie. Jetzt dann hier seid ihr Vogelschirche. Dann nicht. Hallo? Streichwitze. Die nächste Seite. Ist hier sonst noch was? Darin. Okay. Aber sonst ist hier nichts. Auch kein Schlüssel, ne? No. Okay. Och. Das war heute mal eine spannende Folge. Nichts passiert. Überhaupt nicht erschreckt. Auch wenn die Vogelschirche es versucht hat. So. Wo war nochmal die Seite? Hier. Ja, ich habe auch einen Nervenzusammenbruch. Wenn ich an die Vogelschirche denke. Hips, er hat uns nur die Vogelschirche erschreckt. Der Clown nicht. So gut, einmal hat er gelacht. Aber wieso wirklich der Clown war? Ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, das finden wir noch früh genug raus. Wenn ich sage, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Pineview Drive. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017